Jetzt führt Bielefeld aus dem absoluten GAR NICHTS. Uff, was bist du denn für einer? AFM-Ultra-Business. Das ist nicht euer Ernst, wie hater denn den? Hardcore frustrieren dieses Spiel, weil du brauchst dieses Spiel beim allerbesten Willen nicht 3 zu 0 verlieren. 1070, sehe ich gerade, sind wir hoch. Oh, Kalajic! Oh, was? Uh, das war eine dickere Chance. Sosa, hoher Ball, nimmt er richtig schön an und dann schließt er ab und dann halt, ja. Will noch mal sehen, die Parade. Wirklich aus 5 Metern. Doch, das war eine gute Parade. Aus 5 Metern. Aus 5 Metern macht er sich so breit, wie es nur geht. Sehr stark. Jetzt Klimawic hat Tempo, er geht vorbei. Stark, geht vorbei, geht weiter vorbei. Zurück, Förster. Oh, Mann. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht, ey. Aber stark gemacht von Klimawic. Starkes Solo von Klimawic. Nimmt Tempo auf, geht ins Dribbling. An einem vorbei, am anderen vorbei. Da am Torwart noch vorbeizugehen, war vielleicht einer zu viel, weil er dadurch quasi direkt auf die Auslinie zugelaufen ist. Hätte vielleicht abschließen müssen schon eher. Oi! Wir haben das erste Mitglied. Der gute JSK-TV ist am Start. Mit der AFM-Ultra-Stehplatz-Mitgliedschaft. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Ah! Jetzt führt Bielefeld, Alter. Jetzt führt Bielefeld aus dem absoluten Garnichts. Aus dem absoluten Garnichts, Mann. Ganz runter. Ein richtig schön scharfer Ball. Und hinten ist er halt komplett alleine. Grätsches Ding rein. Close 1 zu 0. So eine dumme Scheiße. Wirklich wahr. Boah! Riesenchance zum 2 zu 0 für Bielefeld. Anton verschätzt sich da. Er kommt ran und dann an einer langen Ecke vorbei. Uff! Alexander Fies! Was bist du denn für einer? Willkommen! AFM-Ultra-Business hat er einfach die aktuell teuerste Variante gewählt. Sehr krass. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, Mann. Vielen, vielen Dank. Wenn das so stimmt, was ich mal bei dir von ausgehe, dann vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank. Sehr cool, Mann. Jetzt kommt's zu Grönungstor. Langer Ball. Sosa. Der kommt. Förster! Da hättest du gerade fast zur Krönung das 1 zu 1 bekommen. Sosa, schöner Ball. Förster und dann abgefälschten halt. Die immer wieder von Förster bekannte, nicht vorhandene Präzision im Abschluss leider. Genau. Nein, kein Fehler. Sehr cool. Vielen, vielen Dank für den Support. Vielen, vielen Dank, Mann. Wie gesagt, ich mach da noch ein Video zu, zu den ganzen Monetarisierungsgeschichten. Bisher kommt dieses Geld natürlich noch nicht bei mir an, ne? Weil ich ein Video auch aufklären, weil man einen bestimmten Betrag und so weiter erreichen muss, ab dem man das Geld ausbezahlt bekommt. Aber wenn der dann da ist, dann unterstützen wir damit natürlich gefühlt doppelt und dreifach natürlich, ne? Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank, Max. Auch für dein Abo. Stehplatz. Willkommen im Stehblock. Fand ich ja ganz lustig, das ist so ein bisschen so ein Teil, ne? Du hast jetzt Stehblock, du hast Sitzplatz und du hast Business quasi. Fand ich ganz nett. Gibt noch tausend andere Preisbereiche, aber alle guten Dinge sind drei und das fand ich so auch ganz nett gegliedert, so ein bisschen aufs Stadion zu nehmen. Das AFM Ultra ist ja auch schon so ein Ding, was wir irgendwie länger ein bisschen haben. Moin, Bestenstimmung an Katschukovic. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank auch für dein Abo und deine Unterstützung. So, Duan jetzt über die Außen. Bringt die Flanke. Was ist das denn für eine dumme Scheiße? Eigentor von Kempf. Kempf wird einfach nur angeschossen. Der kann ja gar nicht groß ausweichen. Er wird einfach nur angeschossen. Was eine dumme Scheiße. Jetzt liegst du wirklich mit 2-0 hinten gegen Bielefeld. Das ist doch ein Trauerspiel. Boah, Jesus Maria. Kobel rettet uns vorm 3-0. Du haben wieder richtig stark auch ein bisschen Glück durchgesetzt. Boah, die zweite ist der Wahnsinn. Den ersten fängt da ab und dann der Nachschuss von, boah, von Kloß. Die zweite Parade von Kobel ist Weltklasse. Wie er da hinspringt noch und dann noch mit dem oberen Arm hinkommt und der zur Ecke rausgeht. Leck mich am Arsch, Alter. Ganz hoch. Wenn der ankommt, wär's geil. Der kommt an. Massimo, Abschluss! Oh nein! Das war wirklich eine ticke Chance, Mann. Richtig schön, schön draufgestanden. Boah, dann geht es dir ganz schön entscheidend links oben vorbei. Richtig gut gemacht. Richtig gut, aber der Abschluss war es halt nicht. Und da regt sich auch Kalajcic mit einem guten Grund auf. Weil er hätte auch den Ball, statt selber abzuschließen, einfach direkt in die Mitte scharf reinlegen können. Weil da stand Kalajcic bereit. So, die Davi. Ja, nein! Das ist nicht euer Ernst. Wie hält er denn den? Richtig schön gespielt. Die Davi löst sich. Spielt den Ball rein. Wahrscheinlich sowieso... Boah. Wahrscheinlich sowieso Millimeter abseits. Dann kommt Kalajcic mit dem Fuß noch an den Ball. Und mit der rechten Hacke... Er springt schon in die andere Ecke. Mit der rechten Hacke hält Nortega noch. Was eine Parade. Langer Ball. Duan hat Platz. 3-0. Spiel vorbei. Da hat man halt gesehen, dass er... Klement als Gegenspieler hat. Und keinen Verteidiger. Das war dann sehr, sehr einfach. Es ist einfach hardcore... Hardcore frustrierend, dieses Spiel. Weil du brauchst dieses Spiel... Beim allerbesten Willen nicht 3-0 verlieren. Jetzt in Bielefeld so ein Spiel gegen uns, wo einfach alles läuft. Passiert. Passiert. Da ist der... Abpfiff. Das hat der Kommentator gerade richtig gesagt. Dass der VfB ja kein Tor erzielt. Ist eigentlich ein Treppenwitz. Hat er gut formuliert. Ja. Am Ende des Tages... Muss man von dem verdienten Sieg sprechen. Weil es einfach in der Höhe... 3-0 kann nie ein unverdienter Sieg sein. So an und für sich. Aber rein von den Chancen her und so weiter... War es ein aussichtendes Spiel. Heute lief einfach nicht so viel zusammen... Wie schon häufiger zusammengelaufen ist. Heute hat nicht so viel geklappt. Wie schon häufiger geklappt hat. Da ist bestimmt auch ein Grund gewesen... dass Sie das und González nicht dabei waren. Dass Bielefeld mit ihrem Keeper zwei Dinger stark erhalten hat. Ich glaube an Chancen her hatten wir beide ähnlich viele gute Chancen vorne drin. Ich glaube ein richtiger Torschuss. Statistikmäßig irgendwie so 3-3 von Großchancen. Bielefeld gewinnt 3-0. Ja. Sieht einfach. Es hat heute nicht sein sollen. Ist aber auch mal okay. Ist eigentlich genau das Spiel so gelaufen... wie es für Bielefeld optimal hätte laufen können eigentlich. Wir konnten eigentlich davon ausgehen... dass wir in dieser Hinrunde... noch viel mehr solche Spiele erleben. Noch viel mehr so frustrierende Spiele erleben. Wo man merkt am Ende des Tages... dass da einfach... das heute nicht hat sein sollen. Deswegen weiterhin sehr, sehr zufrieden mit dieser Hinrunde. Auf Platz 10. Mit 22 Punkten. So rum. Heißt wenn du anguckst. Schalke meistens oder unten mit unter 10 Punkten... nach der Hinrunde. Brauchst du wirklich realistisch... vielleicht noch 8, 9, 10, 11 Punkte oder so. Und du hast den Klassenerhalt gesichert. Lieber gegen Bielefeld als gegen... was weiß ich was. Deswegen alles entspannt Jungs.